Du regst dich die ganze Zeit nur auf in Holz rum, du regst dich auf über Frank, du regst dich auf über Schöngeist. Was für abgestürzte Typen das sind und so. Stimmt, hast du ja vollkommen recht, aber weißt du was? Die sind abgestürzt, aber mit Überzeugung. Und deswegen haben sie tausendmal mehr Klasse als du, weil sie zu dem stehen, was sie machen.